Was wäre, wenn es keine Smartphones geben würde? Au weh! Ich würde gar nicht mehr leben. Was wäre, wenn es keine Elektronik mehr geben würde? Die Welt wäre nicht mehr funktionieren. Dann würde ich sterben. Es würde keine Smartphone-Zombies geben. Also ich könnte schon leben, aber das wäre komisch. Was wäre, wenn man die Welt neu starten würde? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Da ist irgendwie noch so alles Mittelalter und gibt es keine Dusche und kein Handy. Und kein Internet. Die Technik fehlt mir. Ich möchte nicht, dass die Welt neu gestartet wird. Was wäre, wenn es keine Smartphones geben würde? Es wäre super. Ich hasse Smartphones. Wie wollte ich dann kommunizieren? Wie willst du deine Kumpels schreiben? Ey, denen kommt ihr heute? Weißt du, aber heute gibt es WhatsApp und es gibt Gruppen. Ohne Smartphone geht es einfach nicht mehr. Man hat sich schon voll dran gewöhnt, aber wenn es keine geben würde, ich glaube, die Leute würden sich beschäftigen, einfach wie vor zehn Jahren. Was wäre, wenn es keine sozialen Netzwerke mehr geben würde? Wäre nicht so schlimm, weil dann würde man mehr wieder mit seinen Freunden draußen unternehmen. Also das ist, finde ich, wichtiger. Ich finde, man sollte mehr mit Leuten so machen, die halt real sind und nicht ständig im Virtuellen halt sein. Was wäre, wenn nur noch Roboter arbeiten würden? Wäre cool, weil dann müssten wir nicht mehr arbeiten. Dann hätten wir schon mal... Wir würden kein Geld verdienen. Was wäre, wenn Robotas Nürnberg erobern würden? Dann würde ich mich an den Anführerroboter heranschleichen und ihn so programmieren, dass sie die Untertanen von den Menschen wären.